hallo und herzlich willkommen zu keiner weiteren neuen folge hello and welcome to new further episodes deutsch und englisch englisch and german ich möchte euch nur wissen lassen aktuell kann ich keine neuen videos machen weil twitch ein update gemacht hat auf osx und ich habe ein kleines problem ich habe keine profile mehr ich kann auch keine neuen profile installieren habe auch schon gefragt und warte immer noch auf antwort von twitch und wenn ich keine profile habe habe ich keine sachen und damit geht es nicht es ist alles da und ja aber es wird nichts angezeigt und deswegen momentan keine updates also ich würde gerne videos machen es geht aber momentan nicht bis ich herausgefunden habe was das problem ist und momentan bin ich da noch ja am suchen und deswegen halt keine videos i just told the gentleman audience that i would like to do more videos but i have the issue that there are no mod packs installed even if they are and that happened with the last update from twitch and i also cannot install any mod packs at all at the moment so i'm waiting for response from twitch i don't know if i get it i will search for a solution but up to the time i cannot do any more episodes and with these i have no touching that with this unsatisfying closure bis zum nächsten mal till the next time bye